Guten Morgen meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, 25. August. Die Woche nähert sich bald dem Ende. Jackson Hole, das Notenbanktreffen, rückt auch mehr und mehr in den Fokus. Man darf gespannt sein, was hier passiert. Am Freitag, 17 Uhr, wird hier Janet Yellen auch noch mal eine Rede halten. Deswegen Obacht geben auf Freitag, 17 Uhr. Da könnte es durchaus im US-Dollar-Bereich, also alle Währungsparademen im US-Dollar, im Kontext stehen. Bewegungen geben, so auch beim britischen Fund gegenüber dem US-Dollar, das wir heute näher betrachten wollen. Und das große Bild ist ja unlängst schon weitestgehend thematisiert worden. Ich zeige Ihnen erstmal hier den Wochenchart. Situation bleibt unter 1,35 klar short. Wir sehen in der laufenden Woche und auch in der vorangegangenen Handelswoche hier im Bereich von der Unterstützung, so kann man sie durchaus bezeichnen, um 1,29 herum. Bullische Wochen und je nachdem, was jetzt in Jackson Hole am Freitag passiert, könnte das auch hier wieder eine bullische Woche werden. Unterhalb von 1,35 bleibt das Bild aber kritisch. Schauen wir nach dem Wochenchart jetzt noch mal ins Big Picture. Also hier den Monatschart auf wirklich großer Betrachtungssichtweise. Wir gehen hier einige Jahrzehnte zurück, hier bis zu den 80ern, um überhaupt mal zu sehen, wo das britische Fund eigentlich herkommt. Das britische Fund ja auch so, oder das Pound Sterling als solches, ist ja eines der ältesten Währungen der Welt. Und jetzt ist es hier letztlich so, dass wir die Situation haben, im großen Chart, neben dem Level von 1,35, was eben eins eine Unterstützung im Sinne des tiefsten Finanzmarktkrise war, hier noch weiter zurückzugehen und zu schauen, gibt es denn hier überhaupt Levels. Man muss natürlich sehen, klar, vor vielen Jahrzehnten waren die Volkswirtschaften und überhaupt die weltpolitischen und finanzpolitischen Rahmenbedingungen andere als heute. Deswegen ist es natürlich schwerlich, auch hier die Preise 1 zu 1 zu vergleichen. Inflation und dergleichen ja ohnehin ein Thema. Letztlich aber hier die Situation, die das rein technisch gesehen eben hier erstmal ein luftleerer Raum besteht, unterhalb von 1,40, 1,35 bis etwa 1,20. Und das ehemalige Tief hier von der Finanzmarktkrise 1,35 ist eben ein Level, das hier als Widerstand derzeit fungiert. Ein massiver Widerstand allerdings auch. Man muss natürlich sagen, das sind 500 Pips höher. 1,40, hier diese Marke, ist ganz klar signifikant ein Level, wo man sagen muss, unter großen Betrachtungspunkten bleibt das britische Fund gegenüber dem US-Dollar ganz klar ein Short-Kandidat. Kleine Widerstandszone 1,35, große Widerstandszone unter 1,40. Unterhalb dessen ist das britische Fund definitiv ein Big Picture. Wir reden hier nicht über Wochen, sondern hier wirklich über das große Bild. definitiv ein Short und deswegen hier das finale Tief vielleicht noch nicht gefunden. Aber wir sehen ja auch hier aktuell in der laufenden Periode des Handelsmonats August, der sich ja nun dann doch langsam dem Ende nährt, dass hier die Kerze bzw. der Preisspielraum eine Art Insight ist. Der ganze Preisverlauf spielt sich innerhalb der Kerze vom Juli ab und innerhalb dessen kann natürlich auch viel Volatilität stattfinden, die man durchaus auch nutzen kann. Schauen wir dazu auf den Tagesschart. Wie gesagt, das große Bild unter 1,35, kurzfristig Short. Wenn wir jetzt den Tagesschart kurz anschauen, sehen wir, dass auch hier die Tendenz unlängst auch gepasst hat. Deswegen nehme ich mal den Tendenzfall auch weiter nach drüben. Unterhalb von 1,35 Erholungen in diesem Bereich scheinen mir immer wieder mal interessant für Short. Also hier zwischen 1,34 und 1,35 dürfte das britische Fund gegenüber dem West oder auch Cable genannt, eben nach unten kippen. Und wir sehen hier aktuell heute einen leicht schwächeren Tag und die Headline besagt ja, britisch von US-Dollar Intraday interessant. Also hier das größere Bild erlaubt, hier durchaus noch weiter steigende Preise nach der vorangegangenen Bullischen Woche, nach der laufenden Bullischen Woche kann es hier durchaus nochmal in diesen Bereich gehen. Und hier wäre dann aber ein mögliches Short-Level durchaus interessant, möglicherweise dann auch mit Divergenzen. Warum Intraday interessant? Weil wir schauen jetzt mal hier auf den Stundenchart. Und da wird klar, dass wir eben die letzten Aufwärtstendenzen haben, die sich auch hier technisch mit einer Aufwärtstrendlinie sehr gut darstellen lassen. Versuchen wir das Ganze auch nochmal in den Trendkanal zu packen. Dann sehen wir, aha, mit dem Tief vom 12. ausgehend haben wir hier auch zwei Auflagepunkte auf der Oberseite wie auf der Unterseite. Erlaubt uns hier den Trendkanal darzustellen. Und wenn wir uns jetzt hier in den Stundenchart mal genauer anschauen, dann sehen wir, dass das Preislevel bzw. das heutige Tief hier in eine Zone gewandert ist, die hier um 1,32 liegt. Und das ist ein interessanter Bereich. Wir sind knapp 20 Pips drüber aktuell. Und genau diese Zone ist es aber, die hier als Unterstützung fungiert. Das ist deswegen das Bild, die Headline, die wir hier symbolisieren können. Gestern hier die Hochs um 9 Uhr bzw. was sage ich gestern am 23. die Hochs um 9 Uhr. Dann hier um am Abend nochmal hier diesen Bereich ausgetestet. Dann ging es gestern vielmehr eben hier durch, durch diesen Bereich. Und jetzt gibt es hier diesen klassischen Pullback, diesen Rücklauf an diese Zone. Und das ist eben interessant, deswegen Intraday wirklich ein Thema. Sollten wir hier über 1,32 bleiben, dann erlaubt sich hier durchaus ein neuer Erholungsschub nach oben. Wird auch unterstrichen durch die Tagesstatistik. Dazu mal kurz den Donnerstag aufgerufen beim britischen Fund gegenüber dem Osterler. Und da sehen wir, wir haben hier den bullischsten Handelstag der Woche. 56 Prozent sind natürlich jetzt hier nicht der Monsterbrüller, um es mal so zu sagen. Aber 56 Prozent ist eine Hausnummer und damit kann man durchaus agieren. Während der letzten 52 Wochen eben hier ein positiver Tagesabschluss und im Overall View mit 52 Prozent auch leicht positiv. Also es passt eigentlich ganz gut ins Bild. Und insofern wird das hier von der Wochentagsstatistik untermauert und erlaubt im Prinzip hier durchaus eine Erholung beim britischen Fund gegenüber dem US-Dollar, wenn wir jetzt hier das Level von 1,32 überwinden. Was man hier noch als Anhaltspunkt nehmen kann, ist, und da füge ich gleich mal den, wo ist er hin, den Pivotpunkt hinzu, PP, Pivot Point, den Fingerabdruck des Vortages sozusagen. Und da haben wir auch schon. So. Und so ein bisschen weiter reinzoomen, damit wir uns das alles ein Stück weit verdeutlichen. Hier ist der Pivot Point 1,32,21. Und in dem Bereich notieren wir jetzt hier mehr oder weniger. Und man sagt, oder es ist sozusagen eine Händlerannahme auch, dass denn tendenziell Preisniveaus oberhalb des Pivot Points bullisch sind, unterhalb des Pivot Points bärisch. Wir sehen hier positives Momentum im Sinne der gleitenden Durchschnitte, auch wenn man den Rainbow einfügt beispielsweise, sieht man es sehr, sehr gut. Aber auch den Trendkanal haben wir natürlich, der uns hier zeigt, dass der Trend nach oben gerichtet ist. Und insofern fungiert der Pivot Point aktuell als Widerstand. Aber wenn das Preislevel drüber geht, hier das schön positive Momentum vom Rainbow, wenn das Preisniveau, Preislevel über das Level von 1,32 geht, per Stunde insbesondere, dann dürfte es interessant werden, weil dann eben durchaus weitere Schubkraft entstehen könnte. Man kann ja auch hier so einen kleinen Widerstandsbereich einzeichnen. Rote Zone. Und da hat man das ein Stück weit eingegrenzt, das britische Fund. Und dann auch relativ in einer sehr, sehr engen Spanne. Das britische Fund ist aktuell eh erst 61 Pips gelaufen. Unabhängig des Brexit-Events etc. ist das britische Fund derzeit wesentlich volatiler als der Euro gegenüber dem US-Dollar. Der kraucht und kreucht es ja mehr oder weniger am Boden herum von der Volatilität. Britische Fund hier gut mit über 100 Pips am Tag dabei. Das heißt, wenn wir jetzt 61 haben und Sie sehen hier von den Hochs der Asia-Session sind wir deutlich zurückgekommen. Gibt es aber dennoch immerhin ein Potenzial von 40 bis 50 Pips. Und das kann durchaus passieren, wenn wir uns eben hier über 1,32,21 stabilisieren. Dann haben wir hier im Sinne des positiven Momentums eine mögliche Etablierung über den Pivot-Point. Und der erlaubt dann hier durchaus einen steigenden Preisschub nach oben. So sieht es mal aus. Insbesondere würde ich mal auch hier das Hoch der 8-Uhr-Kerze präferieren. 1,32,34 als direkten Triggerpunkt. Dann sind wir deutlich über den Pivot-Point und dann sind wir auch deutlich auf dem Wege nach oben. Das kann oder muss jetzt hier nicht so geradlinig laufen, aber das mal als Tendenz unterhalb von 1,32 hingegen ist davon auszugehen, dass wir hier die Tiefs des gestrigen Tages inklusive des Trendkanals, der Trendkanalunterseite, antesten. Und das würde dann entsprechend diesen Verlauf darstellen. Das ist eben so, dass man hier mal Szenarien A und B skizziert. Zum einen, um eben sein Setup zu relativieren, beziehungsweise auch um Stops zu platzieren. Denn dieser sollte, sofern man hier ein Long-Engagement sucht mit Ausbruch oder jetzt eben reinspringt, wobei jetzt ist es noch ein Stück weit offen, wohin der Preis eigentlich will. Aber knapp unter 1,32 könnte man hier zum Beispiel den Stop setzen, um sich gegen mögliche größere Verluste zu sichern, abzusichern. Und insofern mal eine ganz spannende Situation. Heute news-technisch immer drauf geschaut. Wir haben hier 12 Uhr den Einzelhandelsumsatz. Ist jetzt nicht so ganz weltbewegend. Der IFO kratzt dem oder das britische Fund eher weniger. Hier aber am Nachmittag, wie immer donnerstags, erster Anträger auf Arbeitslosenhilfe. Ist immer wieder mal ein Thema und wird hier durchaus auch manchmal vom Markt gespielt. Früher war es ein Stück weit extremer. Man darf mal sehen, wie es heute ausgeht. Aber letztlich das britische Fund und darauf kommt es an, wenn der Chart jetzt hier fertig geladen hat. Hier Intraday, wie gesagt, ein Blick wert. Und insofern wäre ich heute schon durch und wünsche Ihnen einen sehr schönen Handelstag, erfolgreichen Handelstag, wenn Sie mögen. Und wir uns morgen wieder um 9.30 Uhr. Ihr Christian Kemmerer. Und tschüss.